Die zwei streiten sich gerade und zwar die Oma, der will sitzen und Kaffee trinken und Otto will aufräumen. Na so ein Lieber und dann darf er nicht aufräumen. Sagst du mal Hallo Jura? Ja, ein Besen. Das ist Xi Liang, ein gelber Besen. So und zwar wie ihr mitgekriegt habt, da ich mir mal ein paar Austage genommen, musste einfach sein. Habe zwei Tage gar nicht nach YouTube geguckt, drei, vier Tage nicht nach Twitch geguckt. Einfach mal Gedanken freien Lauf lassen und mich mal wieder sammeln. Ich will nicht sagen, dass es die Arbeit macht Spaß immer noch, aber es gibt dann immer mal Situationen, wo ich echt Abstand brauche. So Sachen, wie ich nicht verstehe. Jeder hat dafür sein Leben, selber zu bestimmen, was er macht und was er tut. Der eine macht es gut, der andere macht es nicht so gut, ist doch alles nicht so schlimm. Aber der Hass, ich sage jetzt Hass, der einem zeitweise hier entgegenkommt, das ist unglaublich. Ihr sagt zwar immer, stört dich nicht dran und guckt da weiter und macht da nicht weiter. Aber wenn jeden Tag Hassnachrichten kommen, das kann einen schon zeitweise zermürgen. Dann nehme ich mir einfach immer jetzt ein paar Tage aus und dann ist es halt so. Ist für mich auch manchmal schwierig zu erkennen. Das letzte Mal hatte ich ja an für sich denkt, man hat eine gute Community, die sind alle heim und frei, die wollen ja helfen und machen und tun. Und dann genau einer aus dieser Community schlägt da quer. Vielleicht hat er zu viel getrunken oder weiß ich was. Ist eben so, wie es ist. Das verwunderliche ist nur, ich habe euch das schon ein paar Mal erklärt. Ihr seht hier 15 Minuten meines Tages. Und wollt euch dann noch Urteil bilden, wie ich denke, wie ich fühle und wie ich mache. Und das geht nicht. Und wenn es dann so weit kommt, dass ihr mich auf Twitch guckt zum Beispiel und sagt, dann ist ja total doof, dann ist es eben so. Aber das heißt nicht, in dem Augenblick, dass ich mich verändert habe. Ich bin so, wie ich bin und ich bleibe auch so, wie ich bin. Man hat gute Zeiten im Leben und man hat schlechte Zeiten im Leben. Das ist nochmal einfach so. Wir können es halt nicht ändern. Auf jeden Fall nochmal dazu. Ich habe mich da nicht verändert. Ihr habt eure Sichtweise verändert. Mehr ist es nicht. Aber wenn ihr auf mich rum prügeln wollt, ich weiß, dass ich habe mit mir kein Problem. Bei mir ist alles super im Rhein. Otto ist alles klar, alles super. Die drei Tage Bangkok, die haben mir wieder so viel Kraft gegeben. Ja, was denn, willst du Hallo sagen, Früß? Sagst du mal Hallo? Ne, was ist er? Wollen wir nochmal zum Beach gehen? Nicht gemütlich. Ne, das mache ich nicht heute. Und ich zeig es euch mal. Er will immer die zwei DuckTucks mit haben. Am Anfang ist so, trage ich einen. Er trägt einen, aber er trägt einen nur fünf Meter. Und dann trage ich alle zwei. Aber das wollen wir heute gar nicht probieren. Wir fahren mal mit dem Bobbycar heute. Und zwar war es so, wir waren gestern Abend am Strand. Und da kam ein kleiner Junge mit dem Bobbycar und da ist er sofort aufgestiegen und losgefahren. Ja, ich weiß nicht wo. Unserer ist hier Bobbycar, Lott, Otto. So. Immer alles. Immer schnell wegräumen, wegräumen, wegräumen und nicht wieder hinstellen. Das kotzt mich an hier. So. So. Ja, ist so. Sie stellt immer alles weg. Und dann vergisst sie es. Und wenn ich da nicht hinterher bin und sage, wo ist denn das oder diese oder jenes, dann ist sie weg. So. Mai Au. Lott Sikau. Ja, Tinei. Lott Otto. Tak tak. Na genau, den wollen wir haben. So, ich würde sagen, wir machen Witz des Tages. Was? Ne. Erstmal Werbung. Und dann guckt ihr, was da hinten noch dran hängt. Bis dann. So, hier sind sie noch mal. Wir sind ja jetzt so ein paar Minuten draußen, aber schieben ja, aber selber machen nicht. Komm, los zum Beach. Tak tak. Ja, zum Beach. Tak tak. Ja, dann machen wir am Beach. Tak tak. Ja, aber das machen wir dort. Jetzt müssen wir da erstmal zum Beach fahren, Otto. Komm. Tak tak. Ja. Ja, das machen wir am Beach. Wir müssen erstmal zum Beach. Du kannst ja ja nicht in den Beton aufreißen. Also wie gehabt, wir werden jetzt zum Beach gehen. Dann wird er zwar noch dauernd. Na kommst du? Kommst du? Ich schätze mal, wir werden dann Mittag zurück sein. Ja, was ist denn nun? Kommst du mit zum Beach? Ah, wir machen es auf die einfache Art. Hä? Das? Na da gehen. Komm. Ich. Zwei. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns gleich am Strand. Äh, noch eine kleine Sache. Und zwar ist mir aufgefallen. Komm her. Komm her. Äh, das. Ja, lauf doch nur. Und zwar ist mir jetzt in letzter Zeit aufgefallen, dass immer mehr Bars zumachen. Und getarnt als Speiserestaurants aufmachen. Weil äh, Restaurants. Äh, dürfen wir auflassen. Zur Zeit ist so grad, dass jeder umbaut. Und halt ein Speiserestaurant draus macht. Ja, Bababai. Ja, Bababai. Ja, wird wahrscheinlich dann so sein, dass es wahrscheinlich gar keine Bars mehr gibt. Sondern nur noch Speiserestaurants. Also nur so viel zu dem Thema. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir landen ja grad Bagger. Ja. Ja. Haha. Warte mal, ob wir das einstellen können. Wir probieren es gleich mal. Au, au. So. So, komm mal, landen wir es nochmal. So. Komm her, hier. Der Papa ist nicht mit drauf, macht nicht. So. So. Hier müssen wir es so. Dann hoch. Hier muss ich es anfassen. So. Und dann. So. Und tsch. Guck mal, wie die Papa schon hier gebackert hat. Tsch. Den musst du aber alleine können. Tsch. 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 Was? Tsch. 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 nach da oder von da nach da. Muss nur hier immer so anfassen. Eine Arm hier und eine Hand hier. Dann kannst du auch so, holst du es wieder rüber, siehst du? Später machen wir dann noch mitfahren. Ja, mach langsam. So, komm her. Ja, mach langsam. Ja! Ich habe die Läge gut gemacht. Aber die 하면 wieder alles weiter buitert. Ich habe die Läge nicht gelassen. Morgen. Morgen. Ja, sag hallo, morgen. Hallo, guten Morgen. Ja, tack, tack. Die kennst du doch den Onkel aus der Sauna. Die laufen doch hier früh alle spazieren. So, ich halte mal kurz drauf. Viel ist ja nicht los. Wir gehen gleich hoch machen. Witz des Tages. Und dann gucken wir mal. Also viel los ist hier nicht. Ja, da haben wir jemanden, der sitzt, der auch hinten läuft. Dann hübsches Mädchen. Also es rennen. Alle paar hundert Meter rennt einer. Es ist natürlich ein bisschen kühl heute. Aber ansonsten sehr angenehm. Wie gesagt, ich setze es nachher gleich rein. Faulenzer dauer vorbei. Ansonsten würde ich sagen, ich weiß es gar nicht, wo wir sind. Ja, da muss er noch mal gucken. Also bis gleich. So ein kleiner Junge und ein kleines Mädchen sitzen am Strand. Sagt das kleine Mädchen. Darf ich mal an deinem Pippi-Mann spielen? Da sagt der kleine Junge. Nö, 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 nö. Deinen hast du ja schon kaputt gemacht. Ha, 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 ha. Der war gut. Äh, doch nicht? Hallo? Gar keine Meinung. Na gut. Da war er 50-50. So, wir sind so heiß angekommen. Äh, wenn der Pippi muss, sagst du Pippi, ne? Und fässt sie am Bullermann. So, also wie gesagt, so heiß angekommen. Äh, sag mal, äh, jetzt mal allen. Äh, heute gehen schöne Grüße raus. An alle, die sich, äh, nicht so gut fühlen. Hoffentlich, euch geht's irgendwann mal bald besser. Und ihr könnt eure Hasskommentare weglassen. Ansonsten würde ich sagen, Abo nicht vergessen. Ja, was wollen wir von sechs Batschuhen verlangen? Aber er braucht ja die drei da hinten nicht. In demzufolge würde ich sagen, Abo nicht vergessen. Komm her. Ja, wir sind da hier bei. Ja, ja, komm her. So, Abo nicht vergessen. Ähm, gucken nicht vergessen. Daumen nach oben nicht vergessen. Komm ich nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, bleibt mir ja, 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 alle gesund und werdet alle glücklich. Versuch. Abo nicht vergessen. Du kannst dich einmal auf keinen Geist gibt, hä? Eh, du bist du tard. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Untertitelung des ZDF, 2020